moin leute was geht hier ist wieder geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr die herausforderung abschließt der letzten stempelkarte in der ihr im sturm während ihr die seilrutsche benutzt einen emote benutzt oder beziehungsweise tanzt das ist ganz einfach heute während ihr die seilrutsche benutzt könnt ihr generell nicht tanzen was ihr machen müsst ihr stellt euch einfach unter die seilrutsche so dass da steht dass ihr die seilrutsche verwenden könnt tanzt einmal darunter während ihr tanzt benutzt ihr die seilrutsche und schon seht ihr habt ihr die herausforderung der stempelkarte abgeschlossen das war es auch schon mit dem video leute falls euch das video gefallen hat lasst ein like da schreibt mir die kommentare und wir sehen uns beim nächsten video